Das war's für heute. Oh mein Gott, das ist extrem groß. Erinnert mich irgendwie an Path of Exile, die haben auch so einen ähnlichen. Man fängt hier auf jeden Fall in der Mitte an und dann kann man, so wir zoomen ein bisschen wieder rein, das war nur um euch zu zeigen, wie es funktioniert. Man fängt in der Mitte an und dann kann man sozusagen Stück für Stück immer weiter skillen. Und es gibt halt verschiedene Sachen, zum Beispiel es gibt bessere Reifen, schnellere Reifen natürlich, dann mehr Speed, bessere Blöcke, bessere Radar, Plasma ganz sehe ich hier, Helium Tank, Armored Helium, verstehe. Armored Lighter in Air, so can be used to make flying robots. Okay, achso, das sind Panzerungen, die dann natürlich ein bisschen leichter gepanzert ist, für fliegende Schiffe, dass man da mehr drauf bauen kann. Hier mehr Speed Bonus, das haben wir hier. Achso, für bessere Controller, also bessere Flugblöcke wieder, Powerblades, besseres Schwebeblöcke, Radar hier wieder mal und das ist, wo ich rein geskillt habe und zwar in die SMGs. Alle gehen auf Laser, aber ich glaube, die SMGs sind besser als die Laser, ehrlich gesagt. So, dann haben wir hier natürlich noch auf Blöcke, da werden wir später auch noch eingehen, um irgendwelche extrem schweren und starken Blöcke zu bekommen. Da sieht man, jeder Block wiegt auch verschieden, also man muss auf das Gewicht achten. Hier zum Beispiel 15 Kilo, 10 Kilo, 9 Kilo, die biegen 1 Kilo, 6 Kilo, also da muss man echt aufpassen, was man zusammenbaut. Wenn man zu viel Gewicht hat, dann kann man auch zum Beispiel nicht fliegen oder nur sehr, sehr, sehr langsam fahren. Wir versuchen, eine von den beiden als MGs hier zu erreichen, welche wissen wir noch nicht, weil ich den Unterschied nicht kenne. Werden wir nachher mal sehen, was haben wir, ein Armored, 20.000, ja. Ach, es sind FP Lops, ich glaube, das sind dieselben, aber wir gucken es uns auf jeden Fall mal an. So sieht auf jeden Fall der Block aus. Um zu skillen, benötigt man diese Punkte, da bekommt man nach jedem Kampf, ich glaube, bei Sieg 10 oder so, bei Niederlage 1, das ist mal zufällig. Es gibt auch immer so den ersten Sieg des Tages. Wir haben deswegen schon zweimal geskillt, als nächstes benötigen wir jetzt 6 Punkte. Dann können wir hier draufskillen, dann klickt man einfach auf Erforschen. So, das haben wir alles erforscht. Was gibt es denn hier nach Cube Depot, das ist was wie, ah, hier kann ich sogar neue, hier kann ich sogar neue kaufen. Oh, die sind ja cool. Werden wir sogar uns zwei von kaufen. Ich hoffe, da sind die Blöcke, bei denen ich auch denke, dass es die sind. Werden wir diese hier von kaufen. Ne, diese hier bloß. Zack. Ach so, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Ihr müsst nicht immer einzeln draufklicken, ne. Ihr könnt einfach zweimal da draufklicken oder hundertmal draufklicken, dann kauft ihr die ein. Genau, so, jetzt habe ich zweimal draufgeklickt. Buy, confirm. Zack, und ich habe die erhalten. Ja, sonst kann ich noch nichts Neues kaufen. Außer die SMGs vielleicht, aber die kosten ordentlich. Irgendwas mit 400. So, da haben wir nicht die Blöcke. Ihr habt schon gesehen, ich habe hier einmal so einen Block ausgebaut und stattdessen so einen Turbo-Beschleuniger, den findet man hier, ähm, eingebaut. Den, ja, das ist so eine Turbine, ne. Finde ich ganz cool. Jetzt möchte ich mal gucken, so, zack. Der kommt da hin. Der kommt da hin. Jetzt müsste ich eigentlich dafür auch noch einen Block machen. Machen wir eben auch. Wir kaufen auch dafür einen Block. Das wird unser ultimatives Fahrzeug, was man im Laufe der Serie dann immer upgraden. Vielleicht auch irgendwann mal komplett neu kaufen. Wir haben so, das hier müssen da sein. Ähm, wieder zwei Stück kaufen. Sechs Points, Alter, das ist gar nichts. Dann können wir diese hier abbauen, weil die halten schon ordentlich mehr aus. Jetzt müssen wir mal schauen. Ist das richtig so? Ja, oder? Bist du so gedacht? Eigentlich nicht, aber... Hey, warte einen Moment. Wie hab ich denn das gedacht? Mein Kopf flinkt hat nicht. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus, als das vorher. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Sieht ganz cool aus. Leute, sieht ganz cool aus. Okay, und dann können wir eigentlich loslegen. Luca sagt, es fliegt. Sind wir alle in einer Gruppe? Jep. Also, kleinen Moment, bevor es losgeht. Mit P kann man in so ein Übungsgelände gehen. Das heißt also, ihr müsst nicht immer Battle machen und dann testen, ob es funktioniert oder nicht. Sondern ihr könnt einfach in so ein Übungsgelände gehen. So funktioniert das. Einfach P drücken und dann kann man hier fahren. Ah, meine, das lässt sich immer noch scheiß lenken. Ich habe, glaube ich, zu viele Räder. Okay, muss ich nur mal einladen. Obwohl, ich kann aber so lenken. Das passt, das passt. So schlimm ist es gar nicht. Und dann gibt es natürlich Bots. Ich glaube, die greifen einen nicht an. Aber da können wir uns auf jeden Fall testen. So, ich habe Escape gedrückt. Da kommen wir wieder raus. Und dann drücken... Oh, ich muss noch einladen, Harry. Jo, dann drücken wir mal B. Wir sind ready. Ich hoffe, Luca ist drin, oder? Müsste. Ich habe B gedrückt. Ich habe auch B gedrückt. Ja, dann müssen wir jetzt warten. Oh, ich glaube, ich bin gar nicht bei euch. Ich bin, glaube ich, gar nicht bei euch. Drücken wir mal L. So, jetzt hat... No, 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 no. Da sieht man aber, nur Luca und ich sind noch T1. Pabrye benutzt schon bessere Fahrzeuge. Deswegen sind wir die einzigen sogar, die T1... Oh, nee, egal. Luca, wir müssen diesen Gabriel-Piece finden. Wir gehen voll auf den. Wo ist dein Fahrzeug? Ich möchte das sehen, ich möchte das sehen, Luca. Hier rechts von dir Was hast du denn da gebaut? Ja, ein Schiff Flugschiff Zeig mal, bleib mal Ist alle kaputt? Bleib mal, bleib mal schön Jaa, Mucker rat mich erstmal Was ist das denn für ein Ding? Ja, ich kann fliegen und du nicht Oh man, oh man, oh man Junge, Perry, mach mal mein Hammerbau da Der hat hier so eine, die Übel zur Flugarmee gebaut Okay, komm Woll Perry, jawoll Alter, was hast du denn alles draufgepackt? Ein paar Plasmakanonen, Junge Plasmakanonen Also Perry geht auch auf Plasmakanonen Ich werde auf SMGs gehen Und somit können wir dann testen, was besser ist Ja, Plasmakanonen, da muss man in den Nahkampf gehen Ja, ich denke am Anfang sind Plasmakanonen besser Aber im Ende, am Ende werden SMGs bestimmt besser sein Weil man schießt viel schneller Oh, hier wird schon geschossen Gegner Oh, wir nehmen den von hinten auseinander, jawoll Kann ich auch schießen Nein, meiner fährt nur drückwärts Nein, meiner ist umgekippt Hä? Was ist mit meinem los? Oh nein, ich muss das denn aufgeholt Oh nein Jawoll Einer Oh, einer hat mir wieder geholfen Ich weiß nicht, wieso meiner grad rückwärts Yo, einer hat ihn voll begangen Und wir haben einen getötet Ich hoffe, ich habe dafür einen Assist bekommen Also hier bekommt man auch Assist, Kills und Deaths Na, also man darf nur einmal sterben Soweit ich weiß, wenn man einmal tot ist, ist man tot Gibt keine zweite Chance Ne Bei War Thunder ist das ja so Aber man kann mehrere Schiffe gleichzeitig haben Also wenn man will Oder wenn man genug Blöcke hat, sag ich mal Kann man mehr als nur ein Schiff haben Ja Am anderen Man hat so drei Garagen Also man muss nicht halt Wenn man jetzt so ein Flugzeug bauen will Muss man seinen Panzer nicht Deswegen Klauseln unternehmen Okay, also So, und hier müssen wir uns jetzt draufstellen Mutter auf diese rote Plattform Okay, ich bin da Vier von uns sind gestorben Leider auch Luca Yo, der eine hat hier ein LKW gebaut Wie geil sieht das denn aus? Oh mein Gott, ja, Mann Oh, guck mal, wie viele Kanonen da auf dem Dach Alter, das ist ein richtiger LKW Alter, wie viele Kanonen hat der Drei, sechs Zwölf Ey, 13 glaub ich, 13 Fünfzehn Fünfzehn, ja, Mann Ich hab Probleme mit dem Vor- Oder mit dem Losfahren, muss ich sagen So, jetzt sehen wir Oh, die sind auch bei uns auf dem Spot, ne? Ja, ja Und die sind schneller, weil die mehr sind Okay Das schafft er noch Das wird knapp, das wird knapp Oh, guck mal, guck mal Oh, das wird richtig arschknapp Ne, die gewinnen Ne, wir haben verloren Oh, richtig knapp Oh, richtig knapp Telefon Also, man muss auf jeden Fall auch gucken Dass man ziemlich schnell auf den Punkt kommt Vielleicht werden die das demnächst mal ändern Weil, wär schon besser auch so ein Deathmatch zu haben Jetzt haben wir vier Tech Tokens erhalten Damit können wir wieder was skillen Können wir das gleich mal zeigen Da gehen wir mal nicht auf T Ähm, wir haben 16 Jawohl, wir haben auf jeden Fall mehr als genug Und können damit Den hier skillen, diese Waffe Warnung, wir haben nicht genug Warnung, wir haben nicht genug genug Warnung, wir haben nicht genug 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 Ähm, es gibt T1 Also, wenn du T1 hast, kriegst du so Tag Points Und wenn du T2 bist, kriegst du so Tag Points Okay Also, für jedes Tier gibt's Tag Points Und da steht auch, äh Ah, das ist T2 Ja Ah, okay, ich verstehe das T2 Tag Points Und wir haben noch T1 Dann werden wir mal das hier freischalten Haben wir ein bisschen mehr Armor Ja Wie kann... Okay Ja, doch Soweit Okay, okay, okay Soweit ist alles klar Dann können wir das hier noch Vielleicht Oder nee Was... Ich weiß nicht, was ich freischalten soll dann Die Reels kann ich freischalten Weißt du, die Reels sind immer gut Ah, da oben gibt's eine Rail Canyon Was ist das denn für eine? Äh, das ist... Das ist so eine Rail Gun Äh, das ist so eine Art Sniper Ah, okay, das hab ich auch schon gesehen Ah, okay Machen wir mal einfach freischalten Weil wir's können Okay, super Ja, dann war's das auch für diese Folge Wir haben schon ein bisschen geskillt Ich hoffe, die waren nicht zu kurz Sonst hängen wir noch irgendwas hinten dran Und Wir sehen uns Beim Nächsten Mal Ciao